Hier eine einfache Passfolge mit dem Schwerpunkt offene Stellung und eben Passspiel in den richtigen Fuß. Hallo liebe Kollegen, ich darf euch heute erklären, wie wir bei der Spiefer Unterhaching die Taktikfolie von 1x1 Sport verwenden. Auf der Seite hier haben wir immer die mögliche Aufstellung, die Kandidaten für die Kader, die Verletztenliste, die Gesperrtenliste nominiert. Hier positionieren wir immer die Spiele, wie wir gedanklich dann am Wochenende auch ins Wochenende gehen können. Können sie wunderbar verschieben in diversen Ausrichtungen, in diversen taktischen Formen. Der Gegner wird auch nochmal dann auch an die Wand geschmissen und somit haben wir immer die Variation und auch einen sehr, sehr schönen Überblick. Des Weiteren haben wir auf der gegenüberliegenden Seite auch noch eine Taktikfolie hängen. Heute haben wir hier eine Passform mit an die Wand geschmissen, die wir dann auch heute im Training schon durchgeführt haben. Es ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr schön auch zu variieren. Uns ist immer wichtig, dass wir auch dann die Aktionen im Training da machen, wo sie auch im Spiel dann stattfinden sollen. Hier eine einfache Passfolge mit dem Schwerpunkt offene Stellung und eben Passspiel in den richtigen Fuß. Die roten Hütchen sind die gedachten Gegenspieler. Blau ist der Ball und die gelben sind die Mitspieler. Das heißt, die Eröffnung ist eine Lösung vom Gegenspieler in die offene Stellung. Ein Passspiel in die Tiefe. Dementsprechend auch hier bitte in den rechten Fuß. Der lässt den Ball klatschen. Der Spieler geht nach. Ein weiterer Pass in die Tiefe. Er lässt wieder in die offene Stellung, geht wieder nach und dann kommt der Pass ganz in die Spitze. Dementsprechend das Gleiche von der anderen Seite. Wenn es die Jungs dann auch hinbringen, wäre es schön, wenn das Ganze mit zwei Bällen eben dann parallel funktionieren würde. Hol dir jetzt deine Fußballtrainerhilfen von 1x1 Sport.